Was hat du denn für uns? Mission machen oder erstmal Safehouse abklappern? Ähm... Also ich würd ganz ehrlich sagen, wir klappern die ab und dann gucken wir, was wir so haben im Umkreis. Guck mal. Hab ich von Spind oder so? Ähm, warte mal... Sieht nicht da noch aus. Lager... Ja... , nöööö.. Wollt... Hier sind sichern! deviä. Äh, haben wir grad Fein Однако, hier ist n Telefon, und das einfach nur... Na egal. Watt? Watt! Watt, sagst du... Hä? Ich hab eine Farm gekauft. 16 Hektar Land in Virginia. Du machst Witze. Direkt in der Blue Ridge. Fast alles gerodet, nur etwas weit hinten raus. Und es gibt ein Gehöft. Ich werde Hühner züchten. Du bist ein Stadtjunge. Du hältst da keine Woche aus. Vielleicht halte ich es hier keine Woche aus. Vier Leute aus meinem Haus liegen mit dieser Grippe im Krankenhaus. Einer ist tot. Ich verschwinde. Und das solltest du auch. So schön die Stadt. Ja. Bisschen leer momentan. Moment. Was bezwecken Sie damit? Ich laufe an dem Cube vor. Ja, wo Gott sagt. Moment. Was bezwecken Sie? Wollen Sie sich mit mir anlegen? Ja, will ich. Schlagen wir ein paar Schädel ein. Bleib wachsam. Es geht los. Hallo. Wo willst du? Oh, ich weiß. Arme Kleidemine. Arme Kleidemine. Agenten entdeckt. Jerome Norton. Ist das Bruder von Edward Norton? Das war Edward Snowden. Den er meint, glaube ich. Edward Norton ist der Schauspieler. Norton Security haben wir. Das ist noch was anderes. Wusste ich doch, dass hier, äh, Dingens. Weapon-Teile sind. Na, Sammeline. Äh, da. Werkzeug. Äh, Werkzeug. Da. Das schon war alles. Dir ist bewusst, dass wir in einer Werkstatt sind. Ne, da findet man kein Werkzeug. Zumindest nicht das, was man braucht. Wenn du wohnst in der Firma bist, nicht, du Schöntag. Komm mal hin, oder? Mal eins. Versuch, wir sind Minen. Mine, ne? Nein, der große Pico. Oh, ihr geschaut ne? Hatte? Ok. Das ist ein Schroger. Ich habe die Schrager. und ein typ sieht auch graus wie bay voll geil hinter uns auch verdammt daneben geschossen der tag was hast du jetzt gerade ernsthaft elf schuss daneben gerückt ich habe extra ganz einfach nur Sperrfeuer drauf gehalten ITF Verstärkung angefordert Warnung! Gegner nähern sich! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Warnung! Sprengvorrichtung wurde entdeckt Warnung! Feindkräfte nähern sich! ich habe Freunden das Warnung! Feindkräfte nähern sich! Ich hab Freunden das Boah der Typ ist doch nicht ganz umgekommen ist er schon tot das ist der vorteil das werden doch bei mir ist ich habe eine würde könnte ich habe was ja, piep was alter ja, ich grad auch nicht ich hab nämlich grad piep gehört, mir nicht piep telefon telefon hi Arschloch, wo zum Teufel bist du? du solltest mich vor drei Stunden am Flughafen abholen vielen Dank auch musst du mich durch ne richtige Meute kämpfen um in so'n scheiß Bus zu steigen was ist los? gibt's bei euch keine Taxis mehr? jedenfalls bin ich in einer halben Stunde da bis dahin solltest du besser wach sein, bis gleich so, Jo, Arschloch Jo, Arschloch, sprich auch, bunt 13 EP pro Köln das ist ein bisschen so ja, wir wollten zum Diensten ja 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 das ist wohl die Schott das scheiße ich drauf so weiß ich los Tag und Tag und Abend Tag und Tag und Abend ah, die Minute hat sich erinnert war das nicht bei Simpsons? so, äh guten Morgen und äh guten Tag kann sein aber ich bin mir jetzt nicht sicher ja, aber so lange nicht mehr geguckt Simpsons früher hab ich natürlich viel gesuchtet ja Warnung Fahrtpräsenz entdeckt ich hab'n verdekte Ermittler umgelegt ich will zeigen wir uns alles scheitert die Leuchte alles scheitert die Leuchte alles 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 oh nachladen die gefallen mir die Rede ne die pushen zuviel ok 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 Für JTF Unterstützung geben. JTF Verstärkung anfordert. Warnung, Feindkraft näher an sich. Mal, wie ist es anbaut, dieses scheiß Magazin. Weil da keins mit erweiterten mit dem System ist. Doch. Aber trotzdem zu wenig was. Da muss das sein, hier. Super. Der will gedeckt werden. Jeder hat seine eigene Vorlieben. Das ist richtig. Warnung, Feindkraft näher an sich. Warnung, Feindkraft näher an sich. Warnung, Feindkraft näher an sich. Die gehörten zwar jetzt nicht dazu, aber weil er gerade so rumsteht. Ah, hier. Zack, Panik. Ich krieg dir nicht so leicht. Doch, kriegen wir. Ich krieg dir nicht so leicht. Puff, dort. Aber wirklich beide gleichzeitig draufgehalten. Nächste Liederung. Der ist in der Region. bereich gesichert lade daten auf gtf-netz hoch sind nur zwei mindestens ich habe eine lederjacke erhalten oder hinwarkina ich sag ja die gehörten nicht dazu aber wenn sie gerade da sind im kibaraget setzter kreo lockers hallo ich klinge als für mich das bei diesem komischen Riker voll an mir kommt die nicht so leicht, wenn ich den Kleiner ankomme, will erst mal eins hin ja, so muss er echo agenten schuhe nach oben, ich will nicht nach oben und gleich rum da ist die Luft immer so dünn oh, war ein Arschloch, ist so groß, mein Kopf passt hinein passt ui das ist die Turnhalle ja, können auch mal wieder aufrollen werden nicht bezogen wissen Sie was, Sie brauchen das hier Sie wurden also geschickt, um zu helfen Sie erinnern mich ein wenig an Sully's Jungen, der immer bei Deckerts rumgehangen hat bis der Laden zugemacht hat jetzt ist eine Sportbar drin mit Welt von der Familie unterstützt, wissen Sie wie auch immer jetzt sind Sie hier und Gott weiß, es gibt viel zu tun wie damals als Sergeant McManus das Kommando übernahm erinnern Sie mich daran, dass ich Ihnen das mal erzähle Gott Hauptsache ich klaue einfach mal Namen aus jedem bekannten Film und schicken anderen Serien ich hab irgendwie den Typ nicht angelabert also halt er ist zwar aktiviert durch dich, aber ich hab da den Typ nicht gehört weil ich war hier hinten zugange ja und wie war denn? Sully Big Manus wow was soll ich noch mehr sein? nein gut oh, Sebro ist hier dritte autems hope ui 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 ho ui 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 u es ist es ist um etwas kommt zurück was hat alle da gemacht nichts ich habe auf jeden Fall keine Quests aktiviert wo steht den Anführer ausschalten irgendwie ist sie keiner weil sie sich hier ist ich bin hier reingelaufen weiß nicht ich laufe gerade durch den Anführer ausschalten wow das dürfte hier rechts irgendwo sein